So, ok. Doobie Turtle, Level 5. Bom. So. Ja, 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 komm, mach ne. Du Arschgeweih, Arschgeweih. So. Auf geht's. Wobei es draußen wieder ganz schön hell ist. Ich hoffe mal, wir sehen hier einigermaßen was. Ah ja, als hält sich die Grenzen. Wow. Fängt ja gut an. Ah, danke. Noch mehr Boden? Nein. Oh. Ähm. Guck mal her. Next. So. Haha. Lol. Vor allem der Smelly hier unten. Ja, wo bist du denn? Was? Wtf. Oh. Da oben ist er. Lol. Wow, was war das denn gerade? Was? Uh oh. Oh god. Ich bin nicht laut. Yay! Da sind auch noch welche, ne? Das läuft halt irgendwie nicht so gut wie es sollte. Das läuft irgendwie nicht so gut. Halleluja! Was? Die... What the fuck? So, wo ist hier noch ums? So, wo ist hier noch ums? Man sieht immer so schlecht. Oh, da kommt er schon. Was? 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 Oh no! Oh no! Ahhhh! Hallo? Boah, was ist denn hier los? Oh, blaue Rüstung. Sehr schön. Die werden wir auch früher durch wieder gebrochen. Unsere Rüstung sieht nämlich alles andere als gut aus. Ja. Boah! Boah, Alter! Und da sind wir hier gleich ein paar Spektren noch. Äh, alles andere auch noch. Boah. Qua! Und da. Und da. Und da. Elb, was du schon? Also. Da, was du schon? Also. Da, was du schon? Du bist du schon. Ehm. Aber wir müssen uns noch besser oder? Waaaah. Du bist du schon. Ah, you're fucking kidding me. Nee. Nur zu sein Fässer. Also muss ich es immer nur lassen. Oh, easy. Ja, komm her. Ich hab dir grad dein Ziel weggeschossen. Du sollst nicht dankbar sein. Okay, hier geht's. Ich check's mal hier zu. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ähm. Aha. Huh. Uh oh. Dann kommt die halt weg hier. Hallo? So. Es war nur Rüstung. Kann ich mir eine gleich mal mitnehmen? Danke dafür. Jetzt sind wir Schalter. Oh. Ja. Sind Schalter. Ja. Okay. Aber man braucht... Man... 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 Man braucht ein paar Karten dafür. Das heißt also, es geht erst mal wieder hier runter. Waaaah. Ach du Scheiße. Oh Mann ey. Voll verkackt. Ja doch. Noch mehr? Oder waren das alle? Oh, das waren alle. Oh, nice. Puh. Nochen, nochen Spektrum. Was ist da hinten für einer? Ach auch schon wieder Mencyeviz. Leck mich doch, du Hurensohn. stimmte diese nachsichtfunktion warum denke ich da schon wieder nicht dran nein das ist das geil ich glaube er kommt zu uns ja er kommt zu uns was mache ich denn als ich lasse ihn wieder so wo ist der mt da ist der mt da sind noch einer 8 lachen so ansonsten sieht es hier aber gut aus oh da ist noch ein mt drin warte mal ganz kurz ja das ist unser anfang hier er ist ja direkt getroffen alter hier kann man nur so schlecht sein so 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 tschüss idioten ich hab zu nochmal kacken No joke No joke dass Recently No joke No joke die kommen raus scheiße da kommen noch aus du arsch deine mutter aber was machen die da ok sieht ruhig aus Das war ja wieder typisch, alter Achso, wo war die Züge gerade Hier geht das noch nicht weiter Oh 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 Schlechter Versuch So da ist man Der egal, sieht ja geil aus Es ist hier so scheiter dunkel drin Man sieht ein Oh, okay Ich glaube mal einmal können wir gebrauchen, aber mehr auch nicht Gut, wie sieht es bei den Raketen aus? Da können wir auch einmal gut gebrauchen Eigentlich sogar noch mehr Aber mehr ist hier gerade nicht Gut, okay Oh, sieh doch, da hinten ist noch was Und ein paar Gegenartes gratis dazu Oh, hier ist ein Schalter Und eine Karte Das ist geil Das ist nice, das gefällt mir Danke Bevor wir den Knopf drücken Es könnte wieder eine Falle sein Speichern wir mal ganz kurz Oh Es geht also auch nur Stufe heller Das ist aber nice Geht doch wieder dunkel? Ne Geht nicht heil So, wir haben die gelbe Karte Hier kommen wir natürlich nicht rein Ach, leck mich doch am Arsch Ach, siehste, nimmt doch noch die gelbe Tür Hier, das hier Äh, nein Da Ah Schau mal an Was gibt's hier? Also blaue Rüstung gibt's hier einmal Und ähm Hä, sonst nichts Ach, doch hier Aha Dankeschön Eine rote Karte Oh, hier ist auch heller geworden dabei Gleich Nice Hä, nee Halt, das war doch der Raum Wo wir drinnen waren Schon wieder Achso, okay Siehst du, hier war nämlich Nimm ich eine Tür Gut, dann gucken wir mal In den kleinen Raum da vorne Wo wir durchgelaufen sind Da war ja was mit blau und rot Dann, hallo Danke Ich sehe immer noch ein bisschen was mit Raketen Oder? Einmal gucken wir noch gebrauchen Und die, okay wir sind voll Nice Gefällt mir Facebook gleich gefällt mir Gut, dann gehen wir mal hier drin Sprechern vorher Ähm Das war klar Ich hasse euch Geht weg Den fort mit euch Ihr Klein durchgebrannten Total verkackten Ähm Arschloch So Das war blau Geht doch Ach, da steht sogar drüber Blue Gate, Red Gate Alter, wie die extra noch Textur dafür gemacht haben Ist das ein kleiner Schalter? Ne Das ist ein Secret Schade Na gut So, jetzt hat sich was Rotes geöffnet Die Frage ist nur Wo war da was Rotes? Was hab ich gerade aufgenommen? Achso Halfpack Das ist immer noch zu Dann müsste das jetzt hier auf sein, oder? Ja Nein Auch noch zu Oh, ich muss kurz niesen Oh, ich muss kurz niesen Oh, doch nicht Oh, okay Das hat's schon Plus, my guy Sehr schön Ich liebe dich Ja, ja, rock doch selber, du Arsch Alter, ist das ein viel geiler Effekt hier Nice Äh, hallo, falsch hattest du? Oh Okay War klar Dega, also wer hier, äh, wie heißt das? Na, es gibt ja diese Krankheit, wo man so gegen so extrem schnelle Lichtflackereffekte Ähm, ja, nicht gut reagiert Oh, Alter, ist das krank, ey Aha, kommt zu spät Arschloch iß Und bleib Was, meine Verabschlag Nicht Nicht Was, meine Aus aber egal dadurch haben wir noch eine plasmabrache bekommen doppelhand doppelhand doppelhändische doppelhändige plasma wir haben zwei jetzt können wir hier durch rennen können wir ja hier nein können wir hier auch rombo ist aber ich bin ineffizient so die glöwe kugel lasse ich da mal die frage ist was machen also die tausende munition ich spreche mal ganz kurz okay da ist kein schalter ok deswegen hat es gerade hier unbedingt geöffnet kann das sein das wäre logisch ja gut dann lagen wir jetzt noch mal neu und versucht das ganze jetzt noch mal ohne die blaue kugel dabei zu sammeln aber das geht locker wie sie dankeschön wobei wir haben da waren ja noch in der andere raum wo wir mindestens zwei blaue kugeln gefunden haben also was blaue kugel angeht haben wahrscheinlich mehr als genug da wirst du also nicht so sehr darauf achten aber das ist einfach krank geil aus oh look number two das sieht er doch guter look warum muss das gar nicht diese reflection sein man sieht gar nicht mal boah alter am spiel morgen aufnehmen da ist die stimme sowas von tot man sieht gar nicht was da drauf steht was ich gerade sagen ok klicke mal gefährlich ah ok da ist ein schalter bei dem wir noch nicht ok das macht dann was ist denn da ach du kacke nein weg da ich wollte mich doch verarschen ihr wollt mich doch ruinieren hallo ähm ach da noch mehr da ach ja ok das ganze so dreimal ist ja nett na gut dann wollen wir das mal machen aktivieren hä oder auch nicht boah na ja wie doch ihr ok 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 Was ihr könnt, ja. Ja, was ihr könnt. Das ist schon lange. Arschlöcher. Oh, wir haben noch extrem wenig Leben. Okay, geht wieder. Ach komm, hier, da. Ja, hier, komm, leck mich. Arschlöcher. So, jetzt haben wir noch eine Tür. Puh. Ähm. Ah. Oh. Tschüss, ihr Bitches. Ihr seid doch alle krank? Aha, war doch klar. Na dann. Ich bin bereit. Seid ihr bereit? Boah, Alter. Können die nicht durch, oder was? Doch, die können wir uns gehen, wenn wir durchkratzen. Wie konntet ihr denn jetzt schon durch die Wand durchkratzen? Ich verstehe das nicht. Ich werde das wahrscheinlich nie kapieren. Oh, ich bin natürlich wieder hängen geblieben. Mann. Ich fick eure Mütter. Oh, easy. Dass sie nicht rein können, ist die Sache natürlich wesentlich schwieriger. Da habe ich nämlich mal rell alle abfertigen. Und das kann ewig dauern. Ich treffe nicht mal, Alter. Ich gott das nicht. Einfach vorgehen. Mal gucken, was kommt. Boah, Alter. Oh, diese Treppe. Ich weiß nicht, warum hier so viele blaue Gute rumliegen, ey. Dieses Partylicht hier noch, wie aggressiv, ey. Das ist ja... Boah. Alle weg. So ein Schlussverkauf hier. Na ja, komm her. So, alle weg. Einmal raum, einmal runter. Boah, Alter, bei diesen Treppen runtergehen, du bist so am... Äh, hm? Äh, wie öffne ich jetzt irgendwie die andere Tür? Ist immer noch zu. Habe ich irgendwas verpasst? Ah, blaue Key. Oh, oh. Hä? Ach so, das ist das Ding, wo... Selber was die Geräusche macht. Ich dachte schon, öffnet sich jetzt gerade irgendwo eine Tür oder so. Aber mir kommt immer noch nicht raus. Gibt es noch gar nicht. Ah, das ist noch ein Schalter gekommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, du Kacke. Ihr wollt mich doch so was von hart verarschen. Nee, nee, komm. Kommt mal mit jetzt hier. Komm mal mit jetzt hier. Also, jetzt gibt es auch hier alles. Fertig, das kannst du aber wissen. Speichern. Ja, komm mal mit, komm mal mit sie gehören sollen. Ja, ja, komm mal. Komm, komm, komm. Komm, langsam hier schön, immer schön langsam mit den Pferden. Na, traf mal an jetzt hier, du Mädels. Da ist es aber dumm. Wieso kriege ich den nicht? Oh, geht doch. Oh, wir sind bereits voll. Lol. So, was hat es jetzt geöffnet? Was hat es jetzt gemacht? Ich verstehe das nicht. Was müssen wir jetzt hier machen? Das ist alles in Ordnung. Oh, halt. Noch mehr blaue Kugeln. Ah, und blaue Rüstung. Okay. Ach, das ist... Wow. Dass ich das hier nicht gesehen habe. Ist natürlich schon ein bisschen... Ach, komm, wisst du was? Jetzt ganz ehrlich. Alter, hier liegt so viel Scheiße rum. Dann bedient ich euch einfach mal. Danke. Und... Danke. Oh. Wir haben noch mehr als genug. Wir haben noch eine blaue Rüstung und noch zig blaue Kugeln. Oh, oh. Hello, friend. Other side. Noch mehr? Okay. Wie ist der da hinten? Das haben wir nämlich doch eine blaue Rüstung. Also, wir haben definitiv mehr als genug. So, jetzt haben wir den blauen Key. Damit müssen wir wahrscheinlich wieder in den Raum. Wir bekommen wahrscheinlich auch wieder Kakodemon raus, so wie ich das Spiel kenne. Man lernt ja nie aus. Man ist ja... Man ist ja... Oder? Okay. Also, die ist doch doch keine Kakodemon. Leck mich doch, du Arsch. Warum ist das Spiel so gemein so gemein zu mir. Okay, wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie. Wo ist das Spiel? Wo ist das überhaupt? Achso, wow. Wisst ihr was? Wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie. Wir brauchen eine Strategie. Nein, das hier. Oh. Ich habe vergessen zu schießen. Kannst du hier noch mehr oder was? Wieha, 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 wieha. So, laut die Bundesdatenblatt für Bundesdatenblätter haben wir noch 10 Gegner vor uns, also 8. Quick Save, ja komm jetzt hier, machen wir. So, dann sollten wir jetzt die Attretüter geöffnet haben, ich hoffe es. Ja, wo, ne, ach man, oder muss ich jetzt wieder mal noch öffnen? Ja, warte, klar. Oh, mein Gott. Also wir haben noch 8 Gegner vor uns, aber ich könnte wetten, dass wir jetzt einfach mal 8 Cyberdemon haben. Okay, das wäre völlig overpowered, aber ich sag mal so, 4 Cyberdemon und 4 Spider Mastermind geht auch. Hallo? Hi, hallo, ich bringe Kaffee und Kuchen. Lass mich raus. Da gibt's mir nicht so eine Animation, wo man so gegen die Tür hämmert. Lass mich raus. Das ist ja ganz geil. Das wäre echt geil. Tega. Komm hier durch? Nein, kann man nicht. Fahr eigentlich. Na klar. 8 Arschweils einfach mal. Oh. Oh, 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 oh. Wo? Mach keiner raus. Was? Oh, hä? Wie konnte ich so schnell hier, äh, zerficken? Oh, mein Gott. Oh. Sie werden sterben. Wo ist der andere Arschweil? Boah, wie kann man die nicht treffen hier? Danke. Oh, mein Gott. Das wird ein hartes Game. Wie seht ihr, wir könnten mal wieder hier ein bisschen was benutzen, ne? Ähm, ach, guck mal, kein Offenanschalter. Und jetzt? Ähm, ach, guck mal, kein Offenanschalter. Ähm, ach, guck mal, kein Offenanschalter. Ähm, ach, guck mal, kein Offenanschalter. Nicht nett. Oh, Mensch, Mann. Oh, ey, Gott, mir, ah, ich, mir, 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 mir schwankt. Ist das geil gemacht. Guckt euch diese Textur an hier mit diesen, mit diesen Überhängflammen. Alter. Wie kriegt ihr den Ständer? Oh, ja, zwei blaue und dann noch mal zwei rote. Mal gucken, wie die roten hinführen. Oh, das war das Ziel. Dafür war es ernüchternd. Nein. Ich möchte nochmal gucken, was die vierte, die vierte Ding ist. Ich dachte, ein bisschen, wie wir, na, hier. Oh, okay. Also zwei Fallen und zwei Ziele. Das ist ja langweilig. Ich dachte schon, drei Fallen. Aber, ne, egal, wie geil ist das denn, bitte? Gut, jetzt müssen wir jetzt mal unsere ganzen Sachen hier auffrischen. Ähm, das heißt, überall nach Munition gucken. Danke. Wir brauchen vor allen Dingen Shotgun und, ähm, ja, es gibt bloß Shotgun, oder? Ne, doch, auch von der scharfen Munition brauchen wir was. Da sollten wir aber hier noch was rumliegen haben, überall. Immer mal so ein bisschen was. Ey, wir hätten viel mehr Raketen nutzen können. Hier liegen überall Raketen rum. Nicht so rüber? Nein, natürlich nicht. Äh, hier kann ich rüber. Ah, gut, okay. Lassen wir die Spielerei. Okay, habe ich auch schon voll. Sehr nice. Äh, hier sind auch bloß diese Dinger. Moment mal. Äh, hier sind auch kleine Secrets gefunden. Na, ich zieh, ich zieh. Gibt es ja nichts mehr mehr scharfe Munition? Mist. Mist. Tja, das ist das Problem, dass man am Anfang, ich weiß nicht, ob man sich die Funktion am besten einfallen sollte. Alter, wie viele Raketen hier einfach sind. Ah, danke schön. Schau, das ist ein Secret. Ah, sehr schön. Soll ich mich neu laden? Sonst müssen wir wieder Pistole-Monition suchen. Ähm, danke schön. Yay, wir sind voll. Juhu, full house. Nice, nice. Gut. Damit können wir jetzt ordentlich, äh, ohne gewissem Ziel laufen, auch wenn wir noch fünf Gegner haben. Wahrscheinlich um sie in irgendwelchen Fallen oder so, keine Ahnung. Hm. Ist ja alles offen. Da komm jetzt 10 Leute. Boah, Arschloch. So, dann ist es jetzt, äh, ja, in dem Sinne haben wir das Level tatsächlich geschafft. War wesentlich kürzerer als das vorherige Level. Aber hat dafür, äh, nicht minder Spaß gemacht. Also, das Level hier war echt geil. Gefällt mir. Kann man echt mit das so machen. Jutchen. Ähm, ja. Speicher. Oh, was ist das für Level? Ähm, okay. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Sieht auch schon mal interessant aus. Ja. Okay. Soviel zu dem. Bob. Wie, 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 wie. Ähm. Dann würde ich mal sorgen, in dem Sinne, schau. Mit vorne, ne? Tschü. Hallo? Ach man, der versteht, dass du aktiviert hier. So, jetzt.